Da muss ich immer dran denken an den Bulli-Film, den Bulli-Herbig-Film hier, mit dem, wie hieß der noch, Traumschiff-Surprise, wegtreten! Achso, ja. Okay, ich auch nicht, ja. Möglichst Ansagen machen. Wir brauchen noch ein bisschen, aber hinten auch nicht mehr. Ja doch, das kriegen wir hinten. Ja, einfach mal schauen. Ja. Ne, die Jacke, ja. Die größte Belohnung, die Jacke. Ja, klar, klar. Wegen loot brauchen wir hier nicht mehr reingehen. Ach, hier sind wir. Das haben wir ja schon mal kaputt. Ja. 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 Jetzt ist er nach 23 Uhr. Obwohl, jetzt 22 Uhr durch, oder? Eben. Jetzt ist nach, nach Ö fern. Ja. Habt ihr die Uhr noch nicht umgestellt? Ja. 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 Geh mal eh in Auto weiter vor. Wir müssen die bisschen zurückbringen, die Jungs. Ja, dann kommen die immer, ne? Ja. Schieben die immer nach. Ja. Vor allem, wir müssen ja dann hinten den Sprengstoff uns schnappen und aufsprengen. Ja. 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 Ja, der erste Sniper ist weg. Dann schaut die's kommen. Da kommt der Sprengstoff-Typ. Kommt der Sprengstoff-Typ. Ja. Ja, der erste Sniper ist weg. Ja. 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 Sprengstoff kriegt man hierher? Der ist da rechts irgendwo Ja, hab ich gesehen Der rechts mit der Raute überm Kopf Mit der Raute überm Kopf Jetzt kommt nämlich schon die Nächsten Ja Warte ich hol Du hast den Schlüssel Du musst ja drüben zum Container laufen Ich sprengstoff Da wo die Raute ist Da muss der hinten dran setzen Sonst hätte ich ihn jetzt mitgenommen Nicht mehr sch... Da drüben an dem... Weiter... Nicht auf die Gegner schießen Einfach ansetzen und dann wieder zurückkommen Ja Leider, deswegen wollte ich ihn eigentlich auch fehlen Achtung, jetzt geht gleich Granatenbomber im Moment Sobald bin ich schon mal vor Ja, du... Ja, du bist halt auf... Du bist auf den Traufgewand Das ist die Schüsse Genau Ich bin draufgetreten Ich bin auf den Schüsse eigentlich getreten Granate Da ist der Highseck und einer weg hier Aah F*** Jetzt kommt ein Ticker da hinten Ja. Da oben ist er wieder. Sniper. Ich bin packer mit dem jeden Fall. Stefan. Ja. Er tickt mir schon mal mit. Boah, oder? Ja. Ja. Ich schmeiß mal eine Supermine raus. Bist du? Komm. Komm, komm hier rüber. Versuch mal. Guck mal, Alter. Guck mal. Guck mal. Oh, Junge. Kapp. Guck mal. Guck mal. Gej guck mal. M行 три. 3 Oh, die Susan-Mine in Reichweite bringst du die Sniper? Hat sie gereicht, aber jetzt ist sie weg Sprengstoff, Mann! Aber wir müssen den umlegen, umso mehr Wellen kommen ja wieder Ja, also die Gegner hören nicht irgendwann auf So, muss ich mal gucken, ob wir noch da sind, ja Oh, Sprengstoff liegt, ich hole mich jetzt hin Ja, aber heilig ist nicht vorher Ja, warte Ich habe dich Wenn er jetzt gesprengt hat, alle Mann durchrennen An den Gegner vorbei und durchdurch den Ding Darf, wenn es so weit ist Jetzt, oder? Ja, jetzt sie Jetzt Die Tür ist offen Einfach durch Warte Macht nichts, wir spawnen neu, wenn wir hinten sind Lass ihn einfach liegen Lass ihn liegen Lass ihn liegen Schaff mal, oder? Ja, weg Also hier drinnen weiß ich jetzt nicht mehr los, Leute Ja, gib gleich Einführung Also erstmal gibt's hier Moni und Medi-Packs Hier, gibts Ja, die blaue, die blaue Kiste Genau So, also wir gehen jetzt von hier drüben rein Und wenn wir da rüber kommen Ist da so eine Art Zeithaus-Kiosk, sieht das aus Hier vorne gleich ist der, ne? Ja, da gehen wir alle Da gehen wir erstmal alle in Deckung, sodass uns keiner sieht Der mit der meisten Rüstung Sven Danke Der schleicht sich in die Mitte rein, von Deckung zu Deckung In Richtung von da, wo der Pfeil ist Da musst du so ein Laptop aktivieren Ja, ja Äh, sobald die anfangen zu schießen Fangen wir auch an Sobald die uns bemerken Fangen wir auch an zu schießen Und ziehen die ganze Aggro auf uns Dass die Leute alle zu uns kommen Also ich muss den Laptop da hinten aktivieren Schau dir den Ulti Genau Wenn du den aktiviert hast, ne? Ich hab keinen Ulti Der lädt ja gerade Ja Den hab ich ja eben gezogen Den Laptop kriegst du erstmal so wahrscheinlich Weil die Typen ja alle, äh Erstmal mit uns beschäftigt sind Ähm Du Dann rennst du im Prinzip von da aus nach rechts Nach hinten rechts Gegensatz zur Seite, wo wir sind Da tauchen dann so eine Art Sicherung auf Ja Wie beim Stromrelais Ja, ja, ja Die musst du dann rinschleppen Die musst du dann Zeigt der Pfeil wieder an, wo du hinbringen musst Davon gibt's zwei Stück Der eine liegt da ganz weit hinten Da müssten wir jetzt schaffen, die anderen wegzulocken Aber der zweite liegt dann da vorne, wo wir kämpfen Dann müssen wir alle mal die Seite wechseln Dann müssen wir dann dahin Nach hinten rechts Damit da vorne frei wird Und dann musst du versuchen das Ding zu holen Falls du zu sterben drohst oder so Und dich nicht heilen kannst Lass das Ding fallen und geh in Deckung oder so Ja, ja, ja Ja, ja Warum komm ich hier nicht hoch jetzt, ja? Jetzt, ja Und So Jetzt gehen wir hier erstmal alle in Deckung Genau Noch ein bisschen hier, so Ich geh jetzt hier durch die Mitte durch Da hinten zu dem Ausflugzeichen Genau Durch die Mitte durch Schleichen, ja Ja Keiner von uns schießt Bis die uns bemerken Beziehungsweise Sven bemerken Und dann müssen wir die alle beballern Dann ziehen wir die Agro auf uns Genau Ja, kommen wir mal auch hoch Ja, wann kommst du auch hoch? Oh, ich steh Ich steh'n ja gleich gleich Jetzt Ja, jetzt geht's los Ich bin gleich da und schliss Dann hau ab Dann hau ab Einer hier Ja, alle nix geladen Alles nix geladen Alles nix geladen Ich hab das gereicht, war nicht so klar War zu weit weg Ich hab schon versucht hier Aber Ich hab's geholt gelaufen Ja, komm Ja, komm Ist dabei Ist dabei Wollen wir hier auch unendlich? Ja Okay Ich bin Jetzt war hier drüben der Koffer hast du gesagt, ne? Ja, weiter hinter, da wo die Hand leuchtet dahinter Ja Ja, ja, ich geh hin Ja Ich hab kein Gult hier Schieß dich auf die Gegner, falls da jemand im Weg ist Hau einfach ab Versteck dich Nee, nee, mach ich auch nicht Ich nehm jetzt die Luft rum Boah, ich muss schon wieder weg hier im Weg Oh, jetzt kommt Granate Dann bringen wir am besten zu uns Dann 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 rennen wir weg und bringen zu uns den Dicken, dass der hinterher kommt Der läuft jetzt irgendwie zu euch, glaub ich Ich nehm nochmal den Koffer Ich weiß doch, was du besser weißt, kommt die scheiß Granate Hier, noch eine Oh, fuck Oh, fuck Ja, da ist der Dicke Wir schießen grad Ich warte, das ist meine Heilung Ja, er lebt da noch Doch, doch, doch Oh, scheiß Granate Ja Chips Hier rechts ist der Dicke, ne? Dicke Hau Ich weiß noch mal, ne Haltung Kann man in euch و Ich schieße dich mal oben, wenn ne Granate gibt Ja Weil's wackelt Wir beschießen dich jetzt Das gibt's doch nicht, ey ist da hinten bei dir erinnern ansonsten der der hubschrauber selber schießt so und da hinten ein sniper die müssten wir mal gucken ob er die weg ein bisschen weit weg ich hab aufs nackt gesehen wie auf einmal 2 im weg war ja jetzt hat gerade den koffer noch gestellt gehabt vorher schwer die sniper da anzuvisieren weil man immer verwackelt wenn man eingeschossen wird ja meine suche schmeiße ich muss ja meine männerjahre direkt in einem weg ist natürlich ja oder der koffer liegt schon fast davor ja noch zwei die sniper müssen da oben weg ja ich hab mich hier voll auf dem kopf oh jetzt stellt er den sinn ich glaube wir brauchen stehen ja meine wollte ich auch an die schreien ja 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 ich komme zu euch komms erstmal zu uns dann müssen wir da hinten hin, da hinten ist auch so ein Häuschen ich bin schon mal hier hat der sogar geklappt so jetzt alle runter runter hinten rumrennen jetzt hier hinten rumrennen wo bist du? hier ja, hier ist gut nein die falsche Seite ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg der Wolfgang beschießt mich hier hier ist ein bisschen kleiner lass mich in Ruhe ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg ja oh hast ihn hast du? ach ja ich bin's schieße aber auch in love ich schieße aber auch in jede Ecke wow ja ja Bete ist auch gleich, der ist schon angepackt. Oh, Junge. Ja, komm, komm, komm. Ja, nur? Alle anderen, oder was? Ja, wir müssen hier ballern, damit die alle zu uns kommen. Damit... Sven da vorne... ...die in einen anderen Koffer holen kann. Der muss sich da außen rumschleichen. Der muss sich da außen rumschleichen. Der muss sich da außen rumschleichen. Ja, 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 ja. Vier Stücken. Wo? Ja, weil wir sind so weit. Ah. Ja. Wenn du... Wenn du bei uns hier unten bist, du musst jetzt mal... Ich würde dir empfehlen, schleiche ich hinten links rum. Oh, die lang gelaufen sind, ne? Ja, da streichen wir dich jetzt lang. Wir... Gucken, dass die alle weiterhin zu uns kommen. Wenn wir irgendwo die Menge der Kanaden reduzieren können... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Wenn du den Koffer drinne hast... ...wollen wir noch... ...noch mal den Laptop aktivieren. Ja, ich... Ich nehm jetzt den Koffer. Ja. Wow... Ja, so dass schon... Ja, so dass du möglichst nicht beschossen wirst. Oder nicht so viel. Ja, ich geh erst mal wegschossen. Ich weiß nicht. Anhö this. Das ist mit dem Laptop, ich nehm das. Ich bin schon mal wegschossen. Ich bin schon mal wegschossen. Ich bin hier dran, als ich das komplett... Ich bin hier dran. Ich bin hier dran. Kann ich... Wenn ich den Koffer denn so... ...gleich den Laptop aktivieren? Ja. Und wenn du den Laptop aktiviert hast, kommt der Boss. Ja. Und dann... Erst wenn wir den Boss dann tot haben... Hört euch auf die neue Gegend anzukommen Wie ist dein Laptop, ne? Ja, bitte Dann komm ich zu euch wieder Genau Das war's nicht mehr In Deutschland ist ja einer Ja Das war's Auf, auf Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon Es ist gekommen Ich hab ja diesen, diesen Cooldown eingelegt Niedrige Lebenspunkte erreichen, was die Heilung schneller kommt dann Wenn ich grad'n Shotgun in der Nähe, wenn ich grad'n Shotgun in der Nähe ist, alle auf den Boss Ja, was ich hier noch war, jetzt bin ich blind Oh, ich hab ihn nicht Das ist egal, ja Oh, mach da Oh, er ist gleich weg Gleich lass ich hier an, ey Alter Da ist der Boss, jetzt kommt der Boss zu euch hier rein, Achtung Ja, ja, da ich bin Ich hab ja noch was zu tun Es dreht durch, es dreht durch, es dreht durch Glaub's doch nicht, oder? Ja Drück, drück mal selber, Captain Nein, hab ich schon gesagt Ich bin gleich mit dir Ich bin gleich mit dir Was ist doch nicht Oh, ich bin down Oh, mein, mein Super ist aber noch nicht Oh, und ich bin hier alleine, oder? Ja, du Und jetzt Und jetzt Ja Fuck, ey Ich hab's ja auch nicht, er hat wieder voll durchgedreht Ey, die ist Oh Das ist nur ein Scheiße Ähm Ich weiß nicht, wie ich euch wiederbeleben soll Wie ich hier überleben soll Ah, okay Jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Ne, mal gucken, an welcher Stelle wir jetzt wieder anfangen Äh, äh, meine ganzen 5 Medifacts alle auch hier Ja Ich glaub wir fangen wieder Und Captain, kannst du aufgeben? Aufgeben, treten, du lebst noch Ach, ja Gut Weil es fängt jetzt nicht wieder, glaub ich nicht, von ganz vorne an Glaub ich Das weiß ich nicht Hoffentlich Wär schön Ja, doch Na, Kolumbus-Zirkel erreichen, doch Ja Also gleich nochmal, bloß zum Schluss, würd ich mal sagen Hauen wir ab da Ja Um die, um die Gegner aufzulockern Also, die sich nicht so ansammeln können Wir müssen eine Schnauze machen Ja Weil die Akku am Ende nützt uns dann nichts mehr Dann ist es nur noch schädlich Genau Also, wenn was passiert ist, können wir uns auflösen Wenn, äh, wenn er, wenn der Boss kommt Wenn der Boss kommt, dann können wir uns ein bisschen verteilen und sichere Stellen suchen Genau Ja, aber so, dass wir ein bisschen nicht da alle auf ihrem Fleck stehen, ja Ja Na ja, halten wir ja fast sicher Ich geh mal los Ja Ja Sag Bescheid, wenn sie Wenn sie dich, wenn sie dich gesehen haben, sag sie Bescheid Ja Ja Achtung jetzt Gut Dann hau ab da Ja 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 Wo ist der Ticci hier eigentlich weg? Wo? Der steht genau bei der, bei der Sicherung Der steht genau bei der Sicherung Der steht genau bei der Sicherung hier hinten Ja, an den kommen wir nicht ran Nachtticker Kannst du ein bisschen weglocken da? Weil der, weil der steht genau hinter der Statue Wenn ich den jetzt aufm schieße, dann kommt er auf mich Ja Ja warte, ich geh zum Koffer und dann wenn er weiterkommt, dann Schießt du ihn mal Da wo ich hocke, da steht der Dicke Der bewegt sich auch nicht Ja ich geh zum Koffer, der ist ja eben auch weggegangen Ja Ich hab ein bisschen Überheilung gegeben Okay, der D-Ball hat ja los Ja, ich schieße den Deckung Ja Jetzt ist er auf mich fixiert Ben, versuchst du Deine Heilung Ja Ich schieße doch keiner auf Der Dicke bewegt sich aber auch nicht Die Schottis, kommen die Schottis zu mir Ich muss hier weg Schau so Ich kann es nicht hin Ja Hey, warte mal Wo ist der Dicke jetzt hinten? Ist der weg? Ich glaube ja Ja, okay, bleib da hinten Bleib da hinten Bleib da hinten Scheiß, wo schön es geht Mal kommen Boah, schön Eins, drei, bam Super Ja, ich muss grad Ich muss grad wieder ein bisschen hochheilen Ich glaube Das ist meine Heilung Was ist der Weg? Hey, wie soll die jetzt? Ich muss grad weit Entgehe Deckung, Mädel Ach, die Oste ist noch gut. Eka. Ich sag schon, eine Brunde hier, ey. Ja, ja, bleib. Hammer. Hammer. Ja. Hammer auf. Hammer. Ja. So, erster Koffer sitzt. Ich komme jetzt zu euch. Ja. Ich möchte dann wieder nach hinten laufen können. Ja. Ich lass meine Suchermine mal rollen. Ja. Mach den. Wo sind sie denn alle? Da hinten. Kommen Schottis wieder an die Rand. Ja. 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 Und los. Ja. 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 Oh. Dann kommt er wieder, dann steht er wieder auf. Weg wieder nicht. Ich weiß, wie der engst größte Blatt hier in den Augen? Nö, da wo er die größte Bedrohung sieht. Ein Medipack. Ja, meiner hoch. Echt, das ist immer eine Würde. Super. Oh, hier steht nicht zufällig irgendwo eine Monikfluss oder so, ja? Ja. In der Mitte vom Kreis steht er, ne? In der Mitte, ja. Aber mit meinem Koffer solltest du eigentlich immer nachladen können. Ja, auch wegen Heilung oder so, dachte ich ja schon. Also, die ist ohne Heilung. Ja, Medipacks gibt es hier nicht. Die gibt es nur draus. Und da kommt sie nicht mehr hin. Ja, klar. Da drüben ist alles frei. Ich dachte, du bist schon unterwegs. Oh, mein. Oh, mein. Warum soll er denn durchlaufen eigentlich? Ich laufe jetzt. Der ist schon unterwegs. Der ist schon unterwegs. Oh, mein Neville braucht nicht krass auf meine Heilung. Ja klar, bringt nichts für die Schrift, ja. Ja klar, bringt nichts für die Schrift. Ja klar, bringt nichts für die Schrift. Ja klar, muss dann weghähten, ne. Ja klar, bringt nichts für die Schrift. 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 Soll ich zu dir kommen oder zu euch? Ja, wir rennen jetzt hier erstmal weg. Ja okay. Ja okay. Let's do it face to face asshole. Erstmal, dass die sich, dass die, weil die haben sich da jetzt alle auf dem Hauptmache gesammelt. Ja. Gehen wir erstmal hier irgendwo. Jetzt. Ja. 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 Ja klar. Ja klar, ich bin dabei. Ja klar. Ja klar. Ja klar, ich bin dabei. Ja klar, ich bin dabei. Komm jetzt zu mir, zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Okay, das ist so gut. Wo ist der Boss? Nein, dabei. Aber hier sind ein Haufen andere. Das wissen wir auch. Ich habe ein Licht. Ja, ich bin mal recht. Marsch. Ich habe dich. Noch ein Stück zurück, am besten. Wie weit werfen die denn? Ja, die kommt so teilweise aus dem Hubschrauber. Ja. Ja. Banat. So. Die Schosse. Ja, so eine Flamme. Oh, hier sind die. Uh. Ja, ich auch. Oh, hier kommen ja auch wieder Gegner. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Es kommt noch ein dicker hier von der Seite. Ja, ja. Es kommt noch jede Menge. Wo sind wir denn alle hier? Ich bin down. Komm hier, komm hier hinter, komm hier hinter, komm hier hinter. Ich bin unterwegs. Wir sind hier weggekommen, die ganzen Dicken gleich auch. Oh, jetzt wird es nichts. Äh, jetzt kriege ich ihn nicht. Ich bin schon. Am Leben. Oh, fuck. Abhauen, abhauen, abhauen. Ich habe einen Holt hier hin. Holt hier hin. Einfach mal, ey. Ich renne jetzt gerade in die Mitte. Ja. Ich krieg's. Kein Rit. Kein Rit mehr, ey. Nee. Ja. Ich kann mich nicht eilen. Geh, nein, ich zieh. Nein, ich krieg weg. Ich bin nicht mehr hier. Ey, ich muss mich schnell down. Ja. Ist doch einvisseieder, ey. Du hast keine Deckung nirgendwo. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wo der Boss ist, auch da drüben. Da kommt er gerade. Ja, aber es gibt keine Deckung mehr Ey, wieso kann ich... Ey! Ja, ihr Ding, haltet mal schön drauf Oh! Shit! Ich war der letzte? Ja! Habt gar nicht mitgekriegt Wollt grad zu euch Bin ich rüber gesprungen Oh Mann, ey! Dieser Dex Bosch mit seinem Scheißschild, ey! Aber ich überlege grad, ob es vielleicht sinnvoller ist, wenn ich... Er macht eine Deckungsverstärkung noch an Schadenswiderstand 28% Bei 29 knapp Probiert mal Wär wahrscheinlich sinnvoll, ne? Ne, klar Ne, klar Ja, Sekunde Kein Problem Ey! Ey, go! Passt Wir sind nicht so richtig, was kann man denn noch mitnehmen jetzt hier an Fähigkeiten? Ähm, warte mal, wir haben jetzt... Ein Überlebens... Ein Überlebens... Zwei Überlebens-Link Ein... Dings... Drei Überlebens-Link Drei Überlebens-Link Ja Ich hab... Ich hab den Hulti Ich hab den auch... Eventuell Ja, klar Kosten hatte ich hier den Mod Lebensretter, aber irgendwie... Wiss ich auch nicht, ob der was bringt Gucken, wenn du da durch... Wenn du da durchkriegst, siehst du, welcher am meisten... Einen pro Sekunde Heilung gibt, genau Glaub ich, der hat nichts denn so, wahrscheinlich Hier, Heilungs-Rater Ja Ja Das ist schon der, den ich hatte Okay Ja, ja, der... Der drei, ja, der das meiste Nehmen sich aber nicht so viele eigentlich Aber nimm mal, ähm... Nimm mal den mit... Oder du hast schon mit Munition, ne? Gut Ja Ja, würd ich sagen... Weil die... Ich hatte Gesundheitsprobleme ständig, sag ich mal Gerade am Ende Ja Ja, aber die Munitionskiste sorgt dafür, dass die Cooldowns schneller runtergehen Achso Ja, und musst du deine Fertigkeiten schneller wieder da Ja Und was ist mit dem... Praktischen Scanner? Soll ich den gegen weit andere ersetzen? Nö, dadurch machen wir ja mehr Schaden, wenn der läuft Mehr Schaden, ja, okay 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 Ja, da kommt natürlich auch alles zur Fertigkeit gestärkt, ob du den Scanner hast, ne? Aber, aber ich sehe gerade Ne, warte mal, nimm mal den Scanner raus und mach mal Selbstheilung rein Die Überheilung Damit du dich zwischendurch mal heilen kannst Ja Ja Wo ist denn das da? Dieses rote Kreuz da Dieses rote Kreuz da Erste Hilfe, glaube ich nennt sich das, wa? Ja, erste Hilfe, zweite von links Zweite von links Zweite von oben Mit der Modifikation Überheilung Jetzt springt die da runter Ja Ey Noch nicht angefangen Überdosis Überdosis, meinst du? So Ja Seid du so weit, kann ich los? Ja Ja Jetzt kriegt er wirklich Krampffinger hier bald Ja Ja Es geht los Die Hähne sitzt da unten Im Auto Sie ist weg Ja, ein Sniper ist schon weg, ja Zwei sind nach oben, oder einer Keiner ist nach oben Ja Guter Hubschrauber Guter Hubschrauber Guter Hubschrauber schießt auf mich Aber der Dicke beachtet mich auch nicht Doch gut So So So, ich hol jetzt die Die Komponente Jetzt ist der Dicke auch nicht aufmerksam Da oben Ja Ich muss weg Nicht liegen Scheiße Nee, ist zu weit weg So, so weit das sind kam er so ein So Ich bin gleich Ah, Schöter So보다ować So 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 Wollt ihr auf die Dicke schießen oder sowas da? Wollt ihr weggehen? Der Dicke läuft weg Steht noch ein Schott hier, der läuft jetzt auch auf Riecht gleich noch weg Ah ja hier ist noch ein Schott Er läuft jetzt Ich will jetzt nicht drauf schießen Oh shit Ok, ja Warte da mal schön mit der Alp Mit dem Smart Cover ey Mit 75% Schadenswiderstand Geht auch nicht mehr Nee, nur noch 29% Nur noch 29% Ja Ach, dann konntest du dich hier eingraben, richtig, ja? Ja, ja Und schon wieder Dann geht's Dicke das in Aber diese Sendinggranaten sind auch ne Nervensache Ja Das geht richtig auf den Nerven Das ist wahrscheinlich der Sender Super Die Sendinggranaten muss gucken, wenn du das Geschick draufstellst, dass du es irgendwo hoch auf... irgendwo draufstellst Sonst tritt dir das einfach weg nachher Sonst sind auch die anderen Antigen Rhymne 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 Ich glaube, das war gleich, wenn jetzt hier keine Schotties mehr sind, dass wir dann gleich abhauen hier. Ja, ich muss jetzt mal ziehen, weil ich hatte keine Energie mehr. Ja, ja, alles gut. Oh, hier liegen wir weg, super. Schottie, kommt noch einer hier von links. Noch einer. Er ist auch gleich weg. Er ist weg. Sven, wenn du siehst, dass er noch frei ist da drüben, geht's los. Ich gehe hier schon mal weg. Ich hoffe, das ist krank. Ja, das ist schlimm, aber. Wenn ich mir jetzt den Sniper hier weg hole, kommen sie wieder hoch. Wir laufen Sniper durch die Mitte durch. Und trotzdem. Da ist einer herangegangen. Moment, nicht. Weg, weg, ist noch nicht. Kap festgesetzt. Wir gehen zwischen den Sniper. Ja. Da schreib ich mir gerade fest. Ich schreib' ich mir gerade fest. Wir müssen da warten bis die alle Zeugchen laufen sind Ahaha Knappach Ne, boah Oha Schottis, zwei Stück. Schottis, ja. Der andere auch. Oder? Okay. Auf noch Schottis. Ja. Ja. Jetzt kommt der L. Schäfer aus. Jetzt kommt der L. Schäfer aus. Das ist nur Gefahr, ey. Vielleicht sollten wir dann... Wir müssen uns ja irgendwo zurückziehen, wo wir auch vernünftig Deckung kriegen können. Ja. Hier vorne, wo wir gerade sitzen. Moment, erstmal noch... Erstmal... Wir müssen jetzt hier weg. Es sind zu viele. Die ganzen Dicken... Lass uns zurückziehen, Alter. Oh Junge, echt. Dann klemmt er sich an die Kreiswand hier dran, der Idiot. Ich bin down. Hau ab! Geh weg! Geh weg! Ich weiß nicht! Was gut ist, wäre, wenn wir die Karten gehen könnten ohne... ... sich mal anzugucken. Weg! 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 Kack hier, ey. Kannst du ja nicht schnell noch hinterherrumpeln, was? Das ist nicht wahr hier, ey. Doch, ist es leider. Und dann bleibst du ja auch ständig an so ner Scheiß-Kacken hier gelegt, der Typ. Ja, bin ich auch. Renne einfach, Junge, renne! Renne einfach um dein Leben. Da ungefähr, wo ihr seid, jetzt im Moment grad, Stefan vor allem, da ist der Spawnpunkt von den Gegnern, ne? Ja. Und die ganzen Dicken, die hauen dann hier so was, wenn der ist. Ich bin gleich immer gleich raus überweg. Ja, simper. Was, ich höre, dass ihr das sagt, dass ihr bei mir gelaufen seid. Scheiße. Ja, was? Einmal raus. Hat ihr noch ne Ahnung, wo der Boss ist? Ne, der ist da hinten, glaub ich. Wenn er nicht seht, der ist er. Waaah. Genau, ne Granate, wenn die rennt. Granate, hau ab, hau ab, hau ab. Nach oben drauf ist gut als Deckung. Boah, jetzt ist der nicht umgefallen beim letzten Schuss, ey. Ist der der Dicke, oder? Naja, jetzt ist er. Ach, das Magazin, der. Wo ist? Da ist. Muss erst mal den Dicke loswerden. Aber jetzt vorn auch keine neuen mehr, oder? Doch, erst wenn der Boss tot ist. Ich weiß gar nicht, ob... Oh, hier ist einer neben dem Dicke loswerden hier. Sobald der Boss tot ist, kommt den neun mehr. Sobald der Boss tot ist, kommt den neun mehr. Oder war er das, ne? Nee. Aber sieht interessant aus. Der Captain schießt bei mir ohne Waffe. Oder mit der Unsichtbaren Waffe. Ja. Ich gucke mal da eine in der Hand. Irgendwie gar nichts. Also ich hab's nicht. Ja. Ich schieße den ganzen Tag auf dem Rokstrack. Dann kann ich gleich hochgehen, jetzt, ne? Der hat doch einen Fränkopf dran, ne? Ich bin auch dran. Ja, seine Maution. Bist auch an dem Prost drauf. Ja. Ja, ich bin drunter. Prost, oder? Das ist das, das auf Platz ist. Ich bin drunter. Ja, deine Maution. Das ist nur so ein Forel hier, ey, was will der denn hier? Warte, ich hab dich gleich Ist der da? Ach, sind hier Kaisers für E-Touch? Der Boss ist tot Der Boss ist tot Jetzt den Rest Das ist noch ein Dicker hier, ein Fettet Ja, ja Also ein Stück Gleiches, wird feiner gesagt Das ist ein Stück stark, aber es ist schon spät Jaaa, Stürz Stürz Der Boss ist doch tot, hau es an, Alter, jetzt reich Ja komm, lass es sein, Chef ist schon lange zu Hause Ah Ja Boah, jetzt haben wir Geld Der hat gleich Konkur ist noch Nur noch überleben und den Rest fertig machen Hat der nur gelbes gedrucktes Getügel nicht Ja, was? Nee, nur Gold Der kriegt ja noch einen Einsatzbelohnung Das war's Jetzt habe ich den auch No Genau das tut includend Todesfehlholzer und Todesfehlholzer Super, super. Für die ganze Mühe, für die ganze Mühe, oder? Und ich meine, eine M44 oder eine Aga 74, toll.